Letzte Person. Achso, der hier, ne? Jaromir. Du liebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt, aber sie erfreuen meine Augen, während sie für dich nur Wechsel sind. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Mag angesichts meiner rohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von fünf Werken van der Knoops ist? Dabei kann er sie nicht von Landschaftsbildern für fünf Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer-Konisseur, dürfte das ja das geringste sein. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knoop, dem Meister aus Maribor? Wisst ihr, was ich gerade mache? Ich google danach. Ich schaue mir, ich habe keine Ahnung. Welches dieser Werke ist von Edward van der Knoop? So, jetzt warten wir mal ganz kurz, dass mein Handy die Frage fertig geladen hat. Da, guck mal, das ist rpgguides.de mit einer Komplettlösung. Das klingt doch gut. Das Kaufmannsporträt nennen müsst. Das Kaufmannsporträt. Ach, was. Der Kaufmann mit der Perle ist doch klar. Sieh einer an. Wer hätte das gedacht? Hm. Auf ein Wort, unter vier Augen. Vergib meine Impertinenz. Ich hielt dich für einen Banausen von Vivaldis Schlag. Ich sollte Abbitte leisten, also verrate ich dir ein Geheimnis. Heute kommt ein Van Roch unter den Hammer. Der Maler ist weitgehend unbekannt, hat aber in Markus Hottgeson, dem Buchverkäufer am Novigrader Marktplatz, einen großen Bewunderer. Ich wette, dass du ihm das Werk mit sattem Gewinn verkaufen kannst. Danke. Nichts zu danken. Jetzt entschuldige mich bitte. Meine Freunde warten. Er ist Porträtzeichner. Das habe ich dann nicht mitbekommen. Was hat er dir gesagt? Nichts Besonderes. Ach, nichts Besonderes. Wirklich nicht? Hm. Schade. Also gut, gehen wir. Farbklecks auf Farbklecks. Schon von der Menge kriege ich Kopfweh. Weiter bis die Auktion beginnt. Verehrte Damen, werte Herren, die Auktion beginnt in Kürze. Bitte Platz nehmen. Ach, endlich. Komm mit nach vorne, sonst sehe ich nichts. Wimmel, hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Sie bringen drei Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borsodi hoffentlich auf. Und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin? Hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Äh, mache ich. Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha, ich wusste, der Funke springt über. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer eins ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Romeli. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten? Der weißhaarige Herr bietet 200. Hören wir 250? 200 zum Ersten, zum Zweiten, zum... Prächtig. Gräfin Mignole bietet 250. Höre ich 300? Na aber, wie rasant. 300 zum Ersten, zum Zweiten hören wir 350. 300 zum Dritten. Verkauft an den weißhaarigen Herren Objekt Nummer eins. Die geheimnisvolle Messingfigur. Kaufst du einfach alles? Ja, warum nicht? Nummer zwei. Ein Gemälde des jungen Novigrader Künstlers Van Roch. Sterne Nacht über dem Ponta. Ein charmantes Werk. Eröffnungspreis 20 Kronen. 20 Kronen wertes Publikum. Das ist praktisch geschenkt. Ja, der Herr mit den Katzenaugen bietet 20. Höre ich 30? 20 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft! Sternennacht über dem Ponta von Van Roch geht an den Herrn mit den Katzenaugen. Objekt Nummer drei, Damen und Herren, eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn. Eine Brille. Mit Goldrahmen und Bergkristallinsen. Gefertigt von den kundigen Fingern der Gnomenmeister. Einst Eigentum des berüchtigten Auftragsmörders, der als der Professor bekannt wurde. Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Gewinnt Meister Hilbert bietet 250. Höre ich 3? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Ivanovic Seizeff. Zum Ersten, zum Zweiten. Unglaublich! Mit dem weißhaarigen Herrn sind wir jetzt bei 350 Kronen. Großzügiges Angebot, wirklich. Gibt es noch Gebote? 350 zum Ersten, zum Zweiten. Unverkauft. Die unschätzbare Brille geht an den weißhaarigen Herrn. Ich freue mich, dass sie so nützlich ist. Welch eine Aufregung. Nach den drei Objekten ist es Zeit für eine Pause. Es gibt Erfrischungen. Bitte zugreifen. Bald geht es weiter. Der Professor ist in den Endgegner aus Switcher 1. Cool. Gerold, please. Gerold, please. Können das mal sein, du hast ihn mir verdient? Wo sind meine Manieren? Wo habe ich nur meine Manieren? In Kermorhen rangiert Etikette nicht allzu weit oben auf dem Curriculum. Skandalös. Hm, das ist offenkundig. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? Was will deinesgleichen von mir mit einem anderen Borsodis reden? Auktionshaus der Borsodis. Die Mehrzahl in dem Namen ist doch kein Zufall. Hast du einen Verwandten, mit dem ich reden kann? Einen, der nun nicht ganz so ätzend ist wie du? Der Name ist historisch, Gerard. Das Auktionshaus wurde von zwei Brüdern gegründet. Horsts Vater und seinem Onkel. In dieser Generation... Es gibt mich und nur mich. Kommt zur Sache, sofort. Schön, sparen wir uns die Floskeln. Maximilian Borsodis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenanz zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Boah, ganz ruhig. Wo? Erzählen wir mal die Wahrheit. Von Olgert, von Everick. Sagt dir das was? Tut es. Wache, bring dir einen Hex heraus. Und lass sie nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfarb persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort. Und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz. Tut mir leid, Kumpel. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Wahr gegeben zu haben. Befördert seinen mutierten Arsch raus. Hm. Hab ich gut gemacht. Deine Schwerter, Meister. Wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, wenn wir aus dem Wertenherrn die Scheiße rausgeprügelt haben. Natürlich. Treffpunkt für die Elite. Wie wahr. Kommt, Jungs. Lockern wir die Muskeln. Der Blätter geht zu Boden. Au. Achso, ich... Weißt du? Ich darf wieder nicht... Ich darf wieder anvisieren, noch zaubern. Ich will es wahrscheinlich, darf ich auch nicht essen. Ich hasse es zu kämpfen ohne Rollen. Halt wirklich. Es ist so doof. Achso, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr blocken. Das Gesetz sagt, wenn jemand verletzt ist, hole einen Heilkundigen. Das Gesetz sagt aber nicht, wie schnell. Man kann ein Weilchen warten. Es stimmt, was man sagt. Schwert oder nicht. Ein Hexer weiß, wie man Knochen bricht. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheiten. Wer zum Teufel bist du? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borsodis Haus niemals. Warum wollen die sich mit dir schlagen? Die müssen doch gehört haben, dass du der Feiglauptmeister bist. Ich glaube nicht, dass sie viel gehört haben. Oder viel wissen. Und du kannst mir helfen? Wir können einander helfen. Komm zur Sache, wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich dann niemals rein. Ein Raub? Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Scharfgabenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist. Bis dann. Hoffentlich. Charaktereintrag hinzugefügt Horst, Borsodis. Charaktereintrag hinzugefügt Fremder. Yay. So, wer war jetzt der Dude mit dem Gemälde? Ein Sammler aus Leidenschaft da. Wir wurden beobachtet. Spanner. Oh Gott, das ist hier ewig weit. Ähm, dann machen wir, äh, äh, Sesam öffne dich. Andere Frage, die ich habe. Ich habe jetzt hier, genau, ich habe jetzt hier die Brille. Ernst, ein Auftragsmörder. Also ist es... Okay. Irgendwie steht Geralt die Brille. Das war falsch. Äh, was war das andere, was ich geholt habe? Irgendeine Statue, ne? Genau, die hier. Erweckt das zum Abschließen einer Quest. Ach, guck mal, das ist sogar wirklich für eine Quest. Und die Brille ist einfach nur eine Maske. Ein, ein... Guck mal, das Item existiert noch. Die Brille steht Geralt halt wirklich? Not bad, not bad. Ich hätte nicht gedacht, dass Geralt, äh, eine Brille steht. Äh, äh, steht. So. Nein. So, gefällt mir. Ja, mir auch, ne? Hat ein bisschen was von, äh, so eine Art Sonnenbrille. So, dann gehen wir jetzt mal zum Kräuterkundler. Die wollten uns kaum über den Ponta lassen. Und diese gestalten lassen sie rein. Äh, irgendein Mädel. Können wir es töten? Hexenjäger. Achso, die gibt es ja auch noch. So. Irgendwie flackert hier so ein bisschen wat in dem Spiel grad. Wir haben ein bisschen Worge, deswegen. Ignorieren wir es. So, irgendwelche Flüchtlinge. Gott dammit. Nahe Ochsenfurt. Einfach 7000 Kilometer entfernt. Weißt du, wir sind schon fast in Vysima. Nahe Ochsenfurt. Dir gebe ich nahe Ochsenfurt beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Dann hat er nämlich auch hinporten können. Kennen wir den nicht schon? So. Axi. Au. Ich war, äh, okay. Ich hatte sogar I-Frames. So, ich habe die falsche Taste übrigens gedrückt. So. Äh, am Ost. Ach, der lebt noch. Au. Habe ich noch die Brille auf? Ich habe noch die Brille auf. Okay, alles gut. Weiter geht's. Gottchen. Immer diese Raubritter hier. So, und dann einmal hier rein. Hm, das war recht effektiv. Mehr hast du nicht zu sagen. Ich habe dein Leben gerettet. Puh, dieses Gesindel hätten wir mit Links erledigt. Wer? Mann, bist du pingelig. Du weißt, was ich meine. Willst du jetzt handeln oder nicht? Hast du vielleicht Schafgabenextrakt? Hab ich. Hinten. Folge mir bitte. Jetzt kriege ich erstmal voll den fetten Hammer über den Schädel gezogen. Gute Nacht, Lynco. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche einen guten Start in die nächste Woche. So, und dann einmal jetzt hier runter. Du, 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 du. Das wäre schon das Schlimmste, was mir passieren kann. Alles gut ausgehen, ganz bestimmt. Da bist du. Gut. Abwarten. Du willst mir was sagen, nehme ich an. Also schieß los. Wie drücke ich es aus? Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide etwas aufs Borso, die Schatzkammer. Warum bündeln wir unsere Kräfte nicht? Ja, aber was genau sind deine? Ich habe einen Plan. Ich habe ihn das letzte Jahr über ausgearbeitet. Jetzt ist es Zeit, ihn umzusetzen. Kann ich auf dich zählen? Komm schon, ich kenne nicht mal deinen Namen. Welche Rolle spielt er? Er spielt eine Rolle, weil du offensichtlich was verbirgst. Und nicht nur vor mir, sonst sehst du nicht im Keller eines solchen Drecklochs. Wir haben alle dunkle Geheimnisse, aber ich habe dich nicht gebeten, mich zu heiraten. Ich brauche nur deine Hilfe bei einem Raub. Wir brechen ein, nehmen, was wir brauchen und gehen unserer Wege. Versuch mich reinzulegen und du gehst nirgendwo hin, das weißt du. Ich schneide dir den Kopf dort ab, wo er am Hals fest gewachsen ist. Ich kenne die Risiken. So, nun hast du mir gedroht. Bist du jetzt dabei? Wie nonchalant er eigentlich ist. Super angenehm. Bevor wir fortfahren, weißt du überhaupt, was Max Borserys Haus ist? Ich weiß, dass es in der Schatzkammer ist. Du beantwortest meine Frage nicht. Du meine auch nicht. Machst du nun mit oder nicht? Hm. Die Schatzkammer. Was ist darin, das du haben willst? Etwas, das mir gestohlen wurde. Hm. Dann geh doch zur Stadtwache und melde ein Verbrechen anstatt selbst einzubrechen. Habe ich versucht? Mehrfach. Verstehe. Betrogen vom System und von der Welt. Wie auch immer. Was hat man dir gestohlen? Das wäre eine lange Liste. Reden wir von was anderem. Bist du dabei oder nicht? Er ist, äh, Basodys, Horst Basodys Cousin. Ich bin kein Dieb. Gelegenheit macht Diebe Hexer. Ich spreche aus Erfahrung. Na schön. Erzähl. Das Auktionshaus wird Tag und Nacht von 20 redanischen Soldaten bewacht. Patrouillen gehen auf und ab. Und hier um die Ecke eine Kaserne. Mit Gewalt kommen wir nicht rein. Wir müssen unbemerkt bleiben. Durchaus. Ist jedoch nicht einfach. Der Haupteingang ist gepanzert. Die Fenster sind mit die Meritium vergittert. Aber es gibt keine Festung ohne Schwachpunkt. Auch diese hat einen. Mein Schwachpunkt ist jedenfalls Geduld. Also spar dir die Kunstpausen. Rede. Neben dem Haus steht ein Turm, der mit dem Dachboden verbunden ist. Wegen der Patrouillen können wir den Turm nicht von der Straße aus betreten. Aber in 60 Fuß Höhe gibt es ein Fenster. Keine Gitterstäbe. Keine Fensterläden. Da müssen wir hoch. Dann schleichen wir ins Auktionshaus rüber. Die Treppe runter und in die Schatzkammer. Wir brechen oder sprengen die Tür auf. Fertig. Klingt furchtbar. Klingt gräßlich. Der Turm ist glatt wie Glas. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Aber ich komme da nicht hoch. Und das sollst du auch gar nicht. Lass mich ausreden. Wir brauchen zwei weitere Komplizen. Einer klettert hoch und wirft uns ein Seil runter. Der andere öffnet die Schatzkammer. Ein Panzerknacker oder Sprengmeister. Na schön. Tja, andere Möglichkeiten habe ich nicht. Also gut, ich bin dabei. Aber unter einer Bedingung. Niemand stirbt. Ist das klar? So klar wie die große Sonne von Levgard. Wollen wir uns entspannen und auf eine gedeihliche Zusammenarbeit anstoßen? Ich würde lieber anfangen. Womit geht es los? Als erstes stellst du die Truppe zusammen. Dann dezimierst du die Redanische Patrouille etwas. Es sind so viele. Wir könnten gesehen werden. So viel zu Niemand stirbt. Dezimierte Redanische. Äh, okay. Was soll das mit dem Dezimieren? Ich hatte gesagt, Niemand stirbt. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche Niemandem den Tod. Nur eine Unfässlichkeit. Spuck's aus. Du musst den Koch der Garnison überzeugen, den Soldaten etwas in ihr Essen zu mischen. Damit einige von ihnen wettlägerig werden. Einer von zwei würde ich sagen. Ich wollte doch keinen Verdacht erregen. Hm. Ich kenne das Rezept für einen passenden Trank. Ist das nicht wunderbar? Brauch was von dem Trank. Geh in die Stadt, such den Koch auf und überzeuge ihn, dir einen Gefallen zu tun. Vielleicht mit einem Zauber, wahrer Münze oder deinen Fäusten. Warum auch immer der so leise flüstert gerade? Erzähl mir vom Einbruchskünstler. Schwindelfrei sollte er wohl besser sein. Deswegen hätte ich gerne Eveline Gallo. Eine Artistin, die als Hermeline bekannt ist. Sie gastiert gerade mit ihrem Zirkus irgendwo bei Oxford. Spezialitäten, rhythmische Gymnastik und Seidtanz. Äh, nicht Einbruch und Raub? Offiziell nicht, aber ich habe ihre Tourneeroute mit einer Liste der dreistesten Einbrüche der letzten Jahre verglichen. Sie korrelieren perfekt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aber wenn sie nicht will, ist Hugo Hoff alias Bulette unsere zweite Option. Ein Halbling. Den hältst du für geeignet? Ein Mondgesicht ist doch keine Verbrecher-Visage. Du würdest dich wundern. Hugo hat mehr Einbrüche auf dem Buckel als du, getötete Monster. Und vor zwei Jahren hat er den vergoldeten Hahn vom Dach des Rathauses in Novigrad geklaut. Er kann also klettern. Angeblich verbirgt er sich in Ochsenfurt in einem Haus beim Novigrader Tor. Sei vorsichtig. Er ist nicht groß, aber anscheinend ziemlich gefährlich. Ich hätte gerne die Dame. Er ist einfach mit dem goldenen Hahn vorbeigelaufen. Also so kloch würde ich ihn nicht einschätzen wollen. Gut. Wen haben wir zum Öffnen der Schatzkammer? Fangen wir mit unserem Zwergenkandidaten an. Kasimir Bass. Mahakama Sprengnäuster. Das heißt, er könnte mit einer Prise Salpeter Novigrad in die Luft jagen. Die Schatzkammertür dürfte kein Problem für ihn sein. Leider hat er seinen Beruf vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Er hat sich im Dorf Alnes niedergelassen, geheiratet und ein paar Kleine gezeugt. Kann sein, dass er uns einen Korb gibt. Weitere Option? Quinto. Das ist der berüchtigste Panzerknacker des Nordens. Wird in Catwin, Lyrien, Angrin und Kovir gesetzlich gesucht. Leider wurde er vor ein paar Tagen geschnappt. Von Hans von Cideris, diesem Söldnertrottel. Ich kenne den Mann. Hab einen Erzgreifen für ihn erledigt. Ein übles Scheißviel. Hans oder der Greif? Eigentlich beide. Einen soll ich also aus dem gemütlichen Heim reißen, den anderen aus dem gemütlichen Käfig. Mal überlegen. Ähm, wir nehmen den aus dem Käfig. Na gut, ich bin weg. Habe zu tun. Ich auch. Erledige alles. Wir treffen uns hier wieder. Und dann? Dann besorgen wir es, Horst. Von allen Seiten. Alle zusammen. Das machen wir. So, geht zum Sölderlager. Aber ja, erst beim nächsten Mal. Denn, ich würde diese Stelle hier nutzen und dann den Stream benden wollen. Ich meine, wir haben ein bisschen was geschafft. Wir sind jetzt, äh, von Hearthstone sind wir endlich mal jetzt so ein bisschen tiefer drin. Und, ähm, es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Bin ich ehrlich. Es macht mehr Spaß. Ne, wie gesagt, ich dachte am Anfang, das wäre so ein bisschen langweilig, ne, so. Aber, ne, ist super. Ist super. Ja. Ja.